Wo kommt ihr denn her oder wo kommst du denn her? Wir kommen alle aus der Schweiz. Aus der Schweiz, aber das ist ja eine weite Anreise. Ja, sind ein paar Kilometer, ja. Seit wann seid ihr hier? Seit heute Morgen. Seid ihr öfter mit dem BVB unterwegs? Immer, ja. So oft, wie es geht. So oft, wie es die Finanzen erlauben sind. Und wie ist das Programm jetzt bis heute Abend? Entschuldigung? Das Programm bis heute Abend? Ja, jetzt sitzen wir noch hier, bis es los geht. Kurz Stadion läuft um jemanden rauszuholen im Stadion. Und dann gewinnen wir das Ding. Und dann Jarawan wollen wir hinfahren. Okay, wie ist denn der Tipp für heute Abend? 3-1 gewusst. Alles klar. Dankeschön.